noch ein bisschen warten. Ja, noch ein bisschen warten. Ah, Bananendreck. Wieder hier. Oh. Ich hab ein Leben dazu bekommen. Kann ich nicht einfach die... Weißt du, das ist auch unfair, dass du die nicht einfach rausboxen kannst. Ja, ja. Ne, das mach ich jetzt nicht. Hab ich keinen Bock drauf. Klappt eh nicht mehr. Wo ist das, Bibi? Du bist so behindert, ey. Oh Mann, Fleisch. Oh, ist der kleine Donkey Kong? Oh, ist der kleine Donkey Kong? Das war knapp, ey. Oh, danke. Oh, danke. Und gleich ist der Apfel weg. Mann! Ich spring vorher schon und spring genau in seine Fresse rein. Ich find das nicht lustig gerade. Nein? Oh, meine Hände sind am schwitzen. Ich find's lustig. Hey, du hast noch fünf Leben. Ja, ich weiß. Ich hab noch ein bisschen... Ich hab noch ein bisschen Pause. Oh, tut mir leid. Nicht. Nicht, wieso nicht? Oder ist wieder ein Cheater-Level. Immer noch am Cheaten hier. Ja, weil du dein Leben hast. Mir auch. Nur am Chitteln. Hallo, 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 hallo. Tschüss. Ich hab noch niemand mehr gedrückt eben. Ich hab nix gemacht. Ich hab noch niemand mehr gedrückt. Komm, hol der Scheiß. Ich hab beruhigt mein... Ja, gut. Ernsthaft. So. Der ist einfach weitergerutscht eben. Ich glaub, du kriegst jetzt bei jedem Ding im Leben, weil du so schlecht bist. Halt's im Maul. Ich glaub, beim 10 Mal abschnitzen möchten sie das Level überspringen. Und Zendos drückt aus Versehen Nein. Ja, Zendos. Was denn? Zendos. Ich hab eben einfach mal mein Maul gehalten. Zendos. Einer kommt noch. Weiß, der dummer auf hier. Links ist noch das G. Jawoll. Ja, noch ein Leben. Zendos. Ich bin stolz. Juhu. Ich kann nicht abspeichern, ne? Ja, du kannst speichern. So ein... Eine... Dreckige Scheiße, das Level im Leben. Speicherst du gleich noch bei Candy? Ja, mach ich auch. Okay. Hast du schon gespeichert? Ja, hab ich schon. Klar. Warte. Hab ich diesmal gar nicht mitbekommen. Naja, manchmal bekommst du es mit, manchmal nicht. Ja, weil das dann minimale Frame-Einbrüche sind. Boah. War ich nicht. Ah, ich hab's grad verpasst. Ich hab grad so viel auf dem Ohr gehabt. Was? Deswegen hab ich das grad voll vergeigt hier. Ach das. Und gar nicht gecheckt, dass da so ein... Dass er da jetzt dieses Ding mit dem Fass kommt. Ach das, ich dachte das. Ach das ist mir egal. Das überhöre ich manchmal sowas schon. Na ja, ich glaub du schaffst das wieder nicht. Wenn du es noch weitergeben. Huh. Ich schaff das auch nicht. Vor allem... Ey, der Typ ist nervig. Small Centus. Ah, jetzt kommt der Endgegner. Aus dem Speichern. Hallöchen, ich bin Candy Kong. Und dies ist mein Speicherpunkt. Halt doch die Fresse. Dann spring doch in das rotierende Speicher-Fass. Warum springst du nicht? Ach so. 12% Yay. Aber nur 27 Minuten gespielt. Weil der andere ja immer auch mal ständig verkackt. Ja. Jetzt kommen wir da Justin Bieber. Äh, äh, äh. Hi, Bieber. Äh. Äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Erstmal, glaube ich. Rett ihn von mir daneben. Er hat gerade was in den Arsch bekommen. Er hat die Banane aus dem Arsch geschoben. Die er sich ganz weit reingeschwommen hat. Jetzt kann ich ja wieder speichern. Oh, Centus nähert sich. Kann ich speichern. Ja, wenn ich dran... Äh, äh, äh. Dann speichert auch mal. Hab ich schon. Okay. Was glaube ich nur, wenn du eine Aktion machst, das ist das Richtige. Schon so eine. Ah, shit, ey. Ähm. Du. Du du du. Du 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 du. Ah, schp- Was ist das denn? Was ist das, Alter? Das Bild hat gewackelt. Hm. Weil da hängen geblieben ist. Hm. Toll, ey, was für ein Fail. Also so hängen geblieben wie du immer, ne? Hm. Oh. Vielleicht kommt das Lohen-Level. Oh, nein. Hi. hallo ist so langsam kommt das wieder in die bereiche wo es gefährlich wird für mich oder auch nicht jetzt hättest du runterfallen müssen das wäre jetzt noch lustiger gewesen nein nicht kurz zum ziel guter case das ist jetzt wird man so leicht agro das bin ich schon die ganze zeit ja ja auch schon ja weil es manchmal so ein bisschen nervig ist wenn du dann dauernd stirbst ja ich weiß lustig ist das schon aber irgendwann nervt es ich will eigentlich ja weißt du in solchen hau da ab mit deiner nuss ich vertraue diesen nüssen nicht die springen soweit noch naja das ist gemein ich hasse das da verliere ich mindestens ein aber danach wieder bei den neuen wichser hier kommt doch noch irgendetwas halleluja ne da kommt der entgegner ich hab gesungen und es geschafft willst du jetzt lob haben oder was nö speicher hallo heiligotte maria bin ich erleichtert der dritte teil gleich hallo das schaffst du das schaffst du ich bin ernsthaft gerade am schwitzen fingern in die arsch schwitzen ihihi aber verstehst du zendos mal ganz ehrlich ich stehe da nicht drauf du machst das doch das ist bei dir der code für fingern in die arsch schwitzen dass du schwitzt achso ja auch das loch ist oder wer ist aber abgerutscht wo ich das immer noch leben diese wenn du den hast dann christian glaube ich ein ganzes leben ja was auch das aber den buchstaben einsammeln das ist ja schon sagen wieso kriegt den nicht das einfach anspringen jetzt kriegt er noch mal mehr näher mein leben jetzt einfach nur muss einfach durchfliegen da kriegst du erstmal schon mal zwei lebenden zwei kräfte sicher 3 kriegen ja das war zu viel die doppel gemacht jetzt ist aber jetzt ist das durch wieder abstürzen okay nein sicherlich hallo erst was ist nicht mehr damit du noch mal spielen kannst jetzt bitte abstützt hat doch mal den mund ja du hast ja elf erst elf stück jetzt ist aber so ja mach ich sonst eigentlich auch aber naja noch ein leben bekommen kann ich wieder abspeichern jetzt kannst du mir sieht man immer noch es ist eine save zero state oder so steht da ja dann ist jetzt sie was saved doch ganz ernsthaft das maul das maul als maul nein da krieg ich die nuss auch von unten dran scheiße